Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow, verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Bei uns wird wieder Party gefeiert, denn die 5 Euro Überraschungsshow, das ist ja schon was Besonderes. Sie kennen ja unsere Sendungen, die sind immer natürlich auch toll mit tollen Produkten und tollen Preisen. Aber bei der 5 Euro Überraschungsshow vergessen Sie am besten alles, was Sie bisher bei uns gesehen haben. Denn da ist es verrückt. Zum einen, weil egal was Sie sehen, alles nur 5 Euro kostet. Und zum anderen, die Moderatoren haben uns auf die Produkte nicht vorbereitet. Nö, weil wir selbst nicht wissen, was in den Kartons ist. Klingt spannend, oder? Also ich finde das immer jedes Mal toll. Wir sind tolle Sachen dabei, deshalb lassen Sie sich mit überraschen. Sie dürfen hier das Produkt sogar bis zu 5 Mal bestellen. Und hier kommt auch direkt das erste Produkt für Sie. Ja und Diana kommt auch zu uns. Sie bringt uns die schicken Pakete. Und da schauen wir mal, was wir für Sie haben. Oh, und was für Lichter. Das sind hier jetzt 50 LED-Lichter, die wir für Sie haben. Eine LED-Lichterkette mit 50 LEDs. Und da müssen Sie jetzt nicht erst eine Steckdose suchen, Sie haben es gerade gesehen. Sondern die haben hier so ein kleines Batterie-Päckchen dabei. Und da kommen einfach dann hier die Batterien rein. Und schon können Sie die überall platzieren. Die sind spritzwassergeschützt. Das heißt, die kann man auch um so einen Baumstamm bilden. Die kann man jetzt auch auf der Terrasse, auf dem Balkon zum Beispiel, wo immer Sie möchten, können Sie die dekorieren. Also das ist halt schön auf dem Balkon, auf der Terrasse, so um das Geländer vielleicht, so ein bisschen drumherum sieht das toll aus. 50 Stück, 50 von diesen kleinen tollen LEDs für Ihren kleinen Baum im Vorgarten zum Beispiel. Und Sie müssen keine Steckdose mehr suchen. Ein Timer ist dabei für 6 Stunden Betrieb und 18 Stunden Pause. Das ist auch toll. Da brauchen Sie dann nicht immer hinlaufen und es wieder anschalten, sondern Sie können einfach den Timer aktivieren. Dann läuft die Lichterkette für 6 Stunden, also die Nacht und dann 18 Stunden pausiert die dann wieder. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Sehr komfortabel dann auch gemacht. Und jetzt hier für 5 Euro, Sie dürfen ja bis zu 5 Mal zugreifen, vielleicht gleich mehrere bestellen. Für den Vorgaben, für die Fensterbank, für die Terrasse. Also davon möchte ich auch welche haben, für meine Terrasse. Ich habe ja auch leider keinen Gaben, sondern jetzt nur noch eine Terrasse. Und da kann man die aber schön um das Geländer machen, 50 Stück. Die ist riesig lang, das Ganze. Wir haben die jetzt hier noch doppelt. Sie sehen das, die sind ja eigentlich einzeln. Also die ist super, super lang. 5 Meter insgesamt mit diesen 50 LEDs. Und dann können Sie die so richtig schön wickeln und haben diese tollen kleinen Lichter. Ich mag das ja auch, wenn die Lichter so ganz klein sind. Dann sieht das aus wie so ein kleiner Sternenhimmel. Vor allem, das sind wirklich kleine LEDs. Die sind hier schön ummantelt. Und wenn Sie jetzt eine richtige Glühbirnenkette hätten und eine Birne wäre kaputt, dann würde die ganze Kette nicht mehr funktionieren. Das war ja früher so bei diesen Ketten. Hier ist das so, die sind richtig robust. Die sind stabil. Die sind für den Außenbereich gedacht. Und wie gesagt, wo Sie das jetzt dekorieren, ob in der Wohnung oder zum Beispiel um das Geländer von der Terrasse oder eben vielleicht Ihre Bäume damit umwickeln, das ist Ihnen überlassen. Und das ist vollkommen kabelfrei, denn wir haben ja hier Batterien. Also das ist schon richtig klasse, oder? Das ist schön, gerade im Außenbereich, auf der Terrasse, auf dem Balkon hat man ja oft keine Steckdose. Da ist man immer am Schauen, wie mache ich das denn jetzt? Ich möchte wunderschöne Dekorationen haben. Und dann sucht man immer. Und hier kann man das wunderschön und toll dekorieren mit diesen tollen Lichtern. Ich war mal kurz im Wald, Kathi. Ich war mal kurz im Baum, Kathi. Alle kommen aus dem Wald. Ja, und dann kann man jetzt jede Tanne, egal wo man sie gerade hergeholt hat, eben dekorieren. Bei Nachbarn geklaut. Ja, Tanne. Also, jede Tanne, egal wo die dann herkommt, wo sie sie stehen haben, brauchen keine Steckdose mehr. Und für den Außenbereich geeignet da IP44. Und dann kann man das schön verstecken. Ein bisschen Timer mit vorgesehen. Das heißt, auch hier ganz komfortabel. Eine super süße Sache. Also sieht das nicht toll aus? Finde ich auch. Und das muss man ja mal zeigen, wie das am Produkt beziehungsweise ja dann aussieht. 5 Euro finde ich klasse. Warmweiß. Das sind ja diese besonderen Lichter. Normalerweise hast du immer dieses Kaltweiß. Klar, es ist Geschmackssache. Mir gefällt das Warmweiß persönlich besser. Vielleicht Ihnen ja auch. Dann sollten Sie jetzt ganz schnell zugreifen. Denn für 5 Euro kommt diese schicke Warmweiße. LED-Lichterkette zu Ihnen nach Hause. Und wer kommt jetzt noch zu uns? Die Diana mit einem grünen Päckchen in der Hand. Hallo. Vielen Dank. Oh, jetzt wird es wieder kuschelig. Es wird kuschelig. Mit einer riesen weichen Mikrofaser-Kuscheldecke. 1,30 Meter mal 1,70 Meter. Oh, die Anne friert ja eh immer so. Da kann sie sich richtig einkuscheln. Wie groß die ist? Die ist flauschig, weich, ganz angenehm und hautfreundlich. Aus diesem wunderschönen Mikrofaser-Qualität. 190 Gramm pro Quadratmeter. Das zeigt an, wie weich und wie leicht die danach ist. Hat so eine ganz tolle Leichtigkeit. Dabei aber ganz zart und schmeichelweich auf der Haut. Mikrofaser finde ich ja richtig toll. Habe ich ja lieben gelernt. Weil die ist ja so pflegeleicht. Also die kann richtig gut in die Waschmaschine. Die kann man wunderbar waschen. Kann auch in den Trockner übrigens. Muss man aber gar nicht. Also auch wenn man die über den Wäscheständer schmeißt, ist die nach wenigen Stunden wieder trocken. Also wirklich sehr pflegeleicht. Traumhaft schön. Und jetzt in so einem schicken Grau. Das ist natürlich was ganz Feines. Hat übrigens auch gerade eine Kundin geschrieben. Entscheidend war Preis und Qualität. Nur muss man dazu sagen, dass die Kundin noch den regulären Katalogpreis bestellt hat. Die Decken sind ja normalerweise bei uns eh schon so günstig. Aber jetzt in der 5 Euro Überraschungsshow nochmal auf 5 Euro herunter reduziert. Das heißt, an ihrer Stelle würde ich mich jetzt eindecken mit Decken. Zum Verschenken, zum Selbstbehalten, fürs Sofa, fürs Bett. Für jeden ist das einfach ein schöner Überbezug für die Couch. Oder zum Einkuscheln, wie wir es hier gerade schön sehen. Ich meine, das ist aber auch eine Qualität. Und das ist nicht nur so eine ganz dünne Decke, wie man das ja in diesen schwedischen Möbelhäusern immer häufig sieht. Sondern die ist schon relativ dick auch, ne? Richtig dick und flauschig. Ganz weich, ganz kuschelig gemacht. Also wenn man die auch auf der Haut spürt, merkt man sofort, das ist so ein richtiger Hautschmeichler. Da möchte man sich so richtig reinkuscheln, weil die so schön weich ist, weil die zart ist. Auch mal so auf der nackten Haut fühlt die sich richtig gut an, wenn man dann mal so aus der Badewanne zum Beispiel kommt. Oder auch mal so im Bett abends kuschelt. Da möchte man sich ja in was reinkuscheln. Da möchte man ja was haben, was da wirklich angenehm und zart auf der Haut ist. Und das ist so warm und weich und zart. Oh, herrlich. Da möchte man wirklich gar nicht mehr sein. Decke raus. Da möchte man wirklich Decke sein, weil das ist fantastisch. So schön weich und zart. Die muss man einfach haben. Die ist fantastisch. Auch als Überdecke. Und wie du gesagt hast, fürs Sofa noch eine. Sie dürfen ja jetzt bis zu fünfmal zugreifen. Deshalb tun Sie das auch. Die ist so schön. Ich rate Ihnen auch immer, eine Decke im Auto zu haben. Weil auch im Auto kann es so kalt werden, nur wenn man mal im Stau steht oder sowas. Und dann muss man vielleicht auch, wenn ein Unfall passiert ist oder so vorne, dann muss man auch mal den Motor ausmachen, wenn man da länger steht. Und da ist es so schön, wenn man so eine Decke hat, in die man sich mal einkuscheln kann. Und jetzt hier für fünf Euro. Das ist doch ein Traum. Die ist doch fantastisch hier, diese Decke. Fünf Euro, liebe Zuschauer. Das ist ein Wahnsinnspreis. NX 73,99 und die 569 für diesen Wahnsinnspreis. Das ist schon wirklich irre. Egal ob für das Sofa, für das Bett, für warme, kuschelige Abende oder wie du gesagt hast, auch für die Autofahrt. Warum auch nicht? Also das ist einfach ein Knaller. Da sollten Sie jetzt schnell sein, zugreifen. Denn für fünf Euro einfach ausprobieren. Das schreibt GP aus Aschersleben. Ja, ich meine, für fünf Euro, das ist natürlich toll. Ja, NX 73,99 und die 569. Ihre weiche Mikrofaser-Kuscheldecke hier in diesem schicken Dunkelgrau. Wobei ich das nicht Dunkelgrau betiteln würde. Das ist eher so Silbergrau. Ja, ich auch. Ich finde auch Silber ist das. Das ist so richtig elegant. Elegant, passt überall gut rein. Kann man auch zu allem gut kombinieren. Und guck mal, Diana kuschelt sich ja auch so toll ein. Ah, ist das nicht schön. Greifen Sie dazu für fünf Euro. Aber überlegt mal, so eine große, vor allem sie ist ja auch richtig groß, 1,30 m x 1,70 m. Richtig groß, richtig weich, richtig dick, richtig flauschig. Mikrofaser-Qualität einfach auch. Dann, wenn man die mal waschen möchte, kann man in die Waschmaschine stecken. Trocknet super schnell, kann auch in den Trockner. Das ist eine tolle Qualität. Und Sie sehen hier, Wilson Gabor. Eine Pearl-Edition bei Wilson Gabor. Jetzt hier für fünf Euro. Also da muss man einfach zugreifen. Bestellen Sie sich gleich zwei, gleich drei für fünf Euro. Das ist doch hier fantastisch. 25 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung hier. Und jetzt für fünf. Also, uh, das ist traumhaft schön. Ja, mal gucken, ob es so traumhaft und kuschelig weitergeht. Ein großes pinkes Paket bringt Sie mit. Und was haben wir da in dem großen pinken Paket für Sie? Eine Lampen. Eine Unterbauleuchte. Und zwar eine 4 in 1 Unterbauleuchte. Wohl die flexibelste Unterbauleuchte der Welt. Für alles und überall. Sie können sie montieren, wie Sie wollen und wo Sie wollen. Sie brauchen weder Steckdose noch Bohrmaschine. Und Sie können die 4 in 1 Leuchte für wirklich alles gebrauchen. Als Dekolampe auf dem Tisch, als Hängeleuchte, bei der Autoreparatur, als Stabtaschenlampe, bei Stromausfall und natürlich auch als ganz normale Unterbauleuchte in der Küche oder Vitrine. Das ist einfach genial und darf in keinem Haushalt fehlen. Die Multilampe kommt mit einer extrem variablen Halterung. Diese lässt sich auf drei Arten an der Wand befestigen. Per Magnet, Klett, Klebeband oder Schrauben. Und die Halterung ist frei schwenkbar. Zusätzlich lässt sich die Lampe noch herausnehmen und aufstellen oder dann auch als Taschenlampe benutzen. Sieben superhelle LEDs hast du da drin. Ja, kann ich einfach aufstellen oder hier hinhängen an diesem kleinen Häkchen. Oder wie du gesagt hast, die dritte Variante. Ach nee, vier waren es ja dann. Hier noch der Magnet. Ja, du kannst es hier rausnehmen. Guck mal, zack. Dann hast du nämlich hier einmal diese tolle Stablampe. Die kannst du jetzt als normale Taschenlampe nehmen oder kannst sie halt aufhängen, wenn du möchtest. Oder du kannst es dann nämlich hier rausnehmen. Pass mal auf, zack, zack, zack. So. Und dann kannst du das nämlich hier so, zack, einstecken. Oh. Sehr, sehr. Ist das toll? Wahnsinn. Wow. Für fünf Euro. Das ist ja richtig flexibel einsetzbar, Mensch. Vier Funktionen in einer kleinen Lampe für fünf Euro. Das ist schon toll. Also das ist als Unterbauleuchte geeignet, als Tischlampe, als Arbeitslampe, als Stab-Taschenlampe. Das ist schon ein Knaller. Vor allem mit diesen DB-Auspringen durch diverse Halterungen sehr vielseitig einsetzbar und vor allem sehr einfache Handhabung. Hat der recht, ne? Klettband mit dabei. Dann der Magnet natürlich auch hier mit in der Halterung dann da drin. Also super flexibel einfach. Man braucht ja immer Licht, zum Beispiel dann in der Werkstatt ein zusätzliches Licht, an vielleicht irgendeinem Arbeitsplatz, wo man ein zusätzliches Licht möchte, in der Garage, wo man ein zusätzliches Licht haben möchte, in einem Kellerraum vielleicht auch oder auf dem Dachboden. Und die ist ja jetzt so flexibel, die kannst du ja dann auch mal entweder halt aufstellen, dann auch aus der Halterung rausnehmen, mal eben irgendwo aufhängen zum Beispiel. Auch beim Camping. Beim Camping kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Auch da brauchst du ja immer irgendwie Licht zum Mitnehmen mal. Aber dann kannst du es auch mal aufhängen oben durch diesen Haken vielleicht irgendwo. Oder du machst hier die Halterung dann wieder dran. Und dann kannst du es auch in der Halterung dann irgendwo befestigen. Sie sehen ja hier, da ist auch der Magnet mit dabei. Aber Sie haben ja auch dieses Klettklebeband dann mit dabei. Auch da können Sie es dann in der Halterung dann irgendwo anbringen und auch hier in der Halterung nochmal variabel. Also das ist so ein richtiger Alleskönner, den wir hier haben. Auch hier das jetzt bis zu fünfmal zu greifen. Das heißt auch mehrere nebeneinander vielleicht. Gerade wenn du dann eine größere Arbeitsfläche beleuchten möchtest, ist das ja überhaupt kein Problem. Und Sie sehen ja hier diese tollen sieben LEDs, die hier so schön leuchten. Sieht ja auch richtig toll aus. Für fünf Euro NC 65 52 569. Ich finde das ja auch toll. Das sind ja LEDs. Also bis man da wirklich mal die Batterie wechseln muss. Das dauert. Das dauert und dauert und dauert. Denn der große Vorteil ist ja eben, dass LEDs kaum Strom verbrauchen. In diesem Falle ziehen sie ja ihren Strom aus der Batterie. Aber das ist natürlich klasse. Ich habe hier keine Stromquelle. Ich habe hier kein Kabel. Das sieht man hier schön. Komplett kabelfrei. Ich muss nichts anbohren. Ich muss nichts anschrauben. Sie sehen, wie einfach das montiert werden kann. Und das für fünf Euro. Und wir haben gerade die Kuscheldecke. Ist gerade ganz stark nachgefragt, liebe Zuschauer. Die tolle Mikrofaserdecke, wenn Sie die noch haben wollen. Bitte ganz schnell in die Leitung gehen. Nicht, dass unser Kontingent dann aufgebraucht ist. Sie wissen, wir haben von allen Produkten immer nur ein begrenztes Kontingent. Und wenn das weg ist, ist das weg. Also, wenn Sie die Kuscheldecke für fünf Euro haben möchten, dann bitte schnell in die Leitung gehen und zugreifen. Nicht, dass die anderen Kunden Ihnen da die Kuscheldecken vor der Nase wegschnappen. Gleich in die Leitung gehen. 0,1, 8, 0, 51, 51, dreimal die zwei. Unsere tolle Kuscheldecke. Stark nachgefragt hier bei uns. Oh, die ist aber auch toll für fünf Euro, diese tolle Kuscheldecke. Und hier jetzt auch die Lampen. Wir haben heute nur tolle Produkte hier. Das sind nur tolle Produkte. Wahnsinn, dass wir die für fünf Euro hier raushauen dürfen. Ich glaube, ich passere ohne Ende. Ich glaube, das nächste Mal bist du eigentlich mal wieder dran, oder? Mach ruhig, mach ruhig. Wenn da weiterhin so tolle Produkte kommen. Auch das nächste Produkt ist ein richtiges Highlight, liebe Zuschauer. Kann man immer gebrauchen? Kann man immer gebrauchen. Ob zu Hause oder eben auch auf Reisen. Eins, zwei. Und noch ein kleiner. Drei. Schauen Sie mal. Ein Dreier-Set Nagelknipser mit Pfeile und mit Reinigern. Das gleich in drei Größen. Drei Größen. Optimale Pflege für Finger und Fußnägel. Ach, und jetzt hör doch auf. Jetzt geht hier der Preis-Alarm los, liebe Zuschauer. Jetzt geht er für alle drei. Drei Stück für 2,50 Euro. Jetzt geht hier auch noch der Preis-Alarm los. Jetzt ist hier heute was los in dieser 5-Euro-Show. Oh, hier spielen wir uns heute alle verrückt. Das ist ja Wahnsinn. 2,50 Euro für drei Nagelknipser. Also das Dreier-Set. Also optimale Pflege für Finger und Fußnägel. Mit drei verschiedenen Größen haben Sie immer sofort den passenden Nagelknipser zur Hand. Das heißt, damit kann ich kürzen, reinigen und sogar pfeilen. Und das sind nicht nur die Fingernägel, sondern, wenn ich will, auch noch die Fußnägel. Glatter Schnitt. Die passgenauen, scharfen Klingen der Nagelschneider sorgen dafür, dass ihre Nägel nicht reißen oder splittern. Glatter liegen sicher in der Hand. Durch die geriffelten Profilgriffe rutschen sie bei kürzen Reinigung und Pfeilen nicht mehr ab. Das ist natürlich toll. Das schreibt übrigens auch der Holger. Also das hat hier nicht eine Frau geschrieben, sondern ein Mann. Auch Männer achten ja immer mehr auf gepflegte Hände und Füße. Da schreibt der Holger A. aus Bockhorst. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. So kaufe ich gerne im Netz ein. Das sieht doch toll aus. Guck mal hier, da sieht man das sehr schön. Hier ist auch noch die Pfeile mit dabei und dann auch hier vorne dieser Reiniger, von dem du gerade gesprochen hast. Das sieht man bei Nagelknipsern ja sehr selten, dass da auch noch eine Pfeile und ein Reiniger mit dabei ist. Hier bei jedem, aber bei jedem Nagelknipser ist jetzt hier noch die Pfeile und der Reiniger mit dabei. Und man hat den tollen Nagelknipser und jetzt drei Größen. Also wie clever ist das denn? Also für jeden Nagel immer den perfekten Nagelknipser mit Pfeile und Reiniger. Das Dreier-Set für 2,50 Euro dank des Preis-Alarms. Also da muss man doch direkt zugreifen. Das ist doch hier fantastisch, das Ganze. Und dann hat man das immer schön kompakt wieder, macht man wieder zu. Schauen Sie mal, zick. Dann kann man das wieder toll in die Tasche packen. Das ist doch genial. Also für 2,50 Euro. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich finde ein Nagelknipser für 2,50 Euro ja schon verrückt. Aber jetzt das Dreier-Set. Das ist schon wirklich ein Knaller. Das ist für die ganze Familie. Da habe ich auch mal ein kleines Geschenk. Denken Sie auch an den Nikolausstiefel. Da dürfen es ja immer kleine Präsente sein. Aber ganz ehrlich, 2,50 Euro. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht ein Fehler ist. Das ist ja Wahnsinn. Der Preis-Alarm ist losgegangen. Deshalb gleich zugreifen. Und Sie dürfen ja jetzt auch hier bis zu fünfmal bestellen. Deshalb, wenn Sie jetzt sagen, oh ja, bestelle ich für mich, bestelle ich gleich mit vielleicht für meinen Mann. Der braucht auch immer sowas. Das packt man ja auch in die Kulturtasche mit rein. Dann vielleicht auch noch als Geschenk für jemanden mitbestellen. Du hast gesagt, für 2,50 Euro. Da macht man ja jetzt keine Gefangenen. Da bestellt man ja jetzt gleich zack, zack, zack mehrere Sets. Und die kann man ja wunderbar dann auch rausgeben. In allen Größen. Das ist ja super toll. Das Dreier-Set für 2,50 Euro. Das ist schon ein Knaller. Also wie gesagt, für Füße und Handnägel. Ja, damit die immer schön gepflegt sind. Also das ist schon wichtig. Und gerade wenn man dann so einen professionellen Nagelknipser hat, da kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Da ist man auf der richtigen Seite. Sie sehen sie nochmal schön, die Riffelungen. Und dadurch kann man eben auch nicht abrutschen. Das liegt gut in der Hand. Also besser kann man es nicht haben, ne? Superschön. Sehr hochwertig. Da sehen Sie es nochmal. Pfeile und Reiniger. Bei jedem mit dabei. 2,50 Euro. NX 91 91 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Der Preisalarm ist losgegangen. Deshalb bitte ganz, ganz schnell hier zugreifen. Drei verschiedene Größen. Nagelknipser. Das Dreier-Set für Sie. 2,50 Euro. Also das darf man sich jetzt nicht entgehen lassen. Und Sie dürfen bis zu fünfmal bestellen. Deshalb jetzt direkt dann zugreifen. Also super toll, was wir heute haben. 2,50 Euro. Guck mal, ich werde gar nicht drüber fähig. Also das ist natürlich ein Wahnsinn, was hier heute los ist in der 5-Euro-Show. Ich sag ja, das ist eine Show der außergewöhnlichen Art. Also so eine Show haben Sie bestimmt noch nirgendwo anders erlebt. Aber hier bei uns bei Pearl TV. 2,50 Euro. NX 91 91 und die 569 mit der Diana, unsere Geschenke-Fee. Und jetzt denke ich dran, jetzt darfst du mal knipsen, wollte ich sagen. Buzzer. Das passere ich mal und hole unsere Diana hier rein mit dem nächsten Produkt. Schauen wir mal, was wir da haben. Auch das wieder ein richtiges Highlight. Wir haben heute nur tolle Produkte. Wow. Sieht man erst mal gar nicht, was es ist, ne? Nee, weil es so klein ist. Super kompakt. Richtig schlank. Schau mal von der Seite. Das ist unglaublich, wie klein das ist. Hier sehen Sie das, wie hoch das nur ist. Das ist ein Regenschirm. Und zwar ein richtig großer, richtig, richtig großer Durchmesser von 83 Zentimetern. Der wird richtig groß jetzt gleich. Pass auf. Achtung. Wenn Anne den jetzt aufmacht, wird der riesig. Deshalb richtig groß. Und den haben wir jetzt hier für 5 Euro, liebe Zuschauer. Der ist super, weil der so klein und kompakt ist. Wenn man den zusammenwaltet, der passt ja dann hier. Schauen Sie mal, wie klein die Hülle war. Wenn man sich das anguckt, der war in einer Hülle. Die ist hier nur, da sehen wir es. Das ist ja hier nicht mal einen Zentimeter normalerweise. Sehen Sie das? Ist das der Wahnsinn? Da ist der normalerweise drin. Also hier vielleicht so groß wie ein kleines Pillenetui. So groß ist hier diese kleine Hülle. Das ist ja wirklich gar nichts. Und da kann man das perfekt auch hier ins Handschuhfach reinpacken. Und gerade für so einen Regenschirm, 158 Gramm leicht ist dieser Schirm. Also das ist ein Knaller. Ich finde ihn ja so toll. Dieser kleine schwarze Regenschirm hier. Also da ist man immer bestens gewappnet, wenn dann wirklich mal der Regen kommt. Und der überrascht einen dann immer der Regen. Also man ist nie drauf vorbereitet. Und als Frau sollte man eh immer einen Regenschirm in der Handtasche haben. Aber auch, liebe Männer, ganz gerne im Handschuhfach. Und man hat ja hier auch diese schöne Handschlaufe. Und also mich fasziniert das ja, dass das so ultraflach ist. Also ich mache den nochmal zusammen, damit Sie das sehen. Zack, jetzt habe ich ihn klein gemacht. So, einmal hier zusammenfalten. Kann ich mal bitte das Etui haben? Stich es mal rein. Ob du das jetzt da wieder reinkriegst? Du hast es auch nicht sehr professionell zusammengefaltet, muss ich sagen. Also ich glaube, das üben wir nochmal. Hier genial das Ganze. Und 16 Zentimeter von der Länge. Also wirklich klein und kompakt. Leichtmetallige Stänge, sodass der halt wirklich super leicht ist. 158 Gramm. Also wiegt fast nichts. Kann man überall mit hinnehmen. In jeder Tasche, in jedem Rucksack, in der Hosentasche quasi sogar. Also selbst da könnte man ihn mitnehmen. Da wiegt das Portemonnaie wahrscheinlich von jedem Mann mehr. Also eine super Sache, liebe Zuschauer. Und dann hat man das immer dabei. Selbst das Smartphone ist wahrscheinlich größer, was man dabei hat. Also ich glaube, mein Smartphone ist wirklich größer. Also wenn wir jetzt ein Smartphone hätten, das ist wirklich wie ein Brillenetri so groß. Also es ist wirklich winzig. Für das Auto ist der perfekt. Weil ins Handschuhfach kriegt man oft keinen Schirm rein. Das wissen Sie, weil die Schirme immer zu groß sind, um die ins Handschuhfach reinzustecken. Aber das hier, das passt auch ins Handschuhfach, weil das so klein und kompakt ist. Und da können Sie den perfekt reinschieben ins Handschuhfach. Und dann haben Sie das immer mit dabei. Und dann haben Sie auch einen Schirm im Auto, weil da ärgert man sich, wenn es regnet. Und man hat keinen Schirm im Auto. Sie sind gleich mehrere bestellen. Nicht nur einen, sondern direkt zwei, drei, vier bis zu fünf Mal dürfen Sie ja bestellen. Nutzen Sie das aus NX 87 17 569. Sie sehen, der ist brandneu bei uns und jetzt schon in der 5-Euro-Show. Alles ja Wahnsinn. Ein Regenschirm für 5 Euro. Ein absolutes Leichtgewicht. Er ist schlank, passt wirklich in jeder Handtasche, ins Handschuhfach. Für zu Hause, überall kann man ihn sehr, sehr gut gebrauchen. Und das ist ja meistens so, dass man den Schirm einfach nicht dabei hat, weil er einfach meistens viel zu viel Platz wegnimmt. Der nimmt ab sofort keinen Platz mehr weg. Jetzt haben Sie ja gesehen, wie ultraflach der ist. Wollen wir weitermachen? Ja, gerne. Schau mal. Eine Wandtattoo-Standuhr mit Uhrwerk und Zeiger. Ja, und ich weiß, Diana kommt jetzt gleich nochmal wieder, liebe Zuschauer, wenn sie es hinbekommt. Was ist denn da los? Was ist denn da drüben schon wieder los? Ich sehe es schon wieder. Schauen Sie mal hier, das ist nämlich die Uhr. Alles klar? Also, das ist die Uhr. Was haben wir hier? Das ist der Kern von der Uhr. Schauen Sie, so sieht die Uhr an sich aus, wie so eine herkömmliche Uhr. Aber jetzt kann man hier diese Tattoos an die Wand machen. Schau mal an, wir schauen uns das jetzt mal im Film an. Man wurde das nämlich einmal schon vorbereitet. Und da kannst du jetzt die Wand tätowieren, also aufkleben. Ach, ist das cool. Das ist richtig cool. Das ist so genial. Das ist ganz toll. Das finde ich jetzt aber wirklich schön. Das ist richtig außergewöhnlich, weil normalerweise kennst du ja diese ganzen normalen Uhren. Die sind häufig auch langweilig, aber das ist schon richtig pettig. Und dann hast du plötzlich eine Standuhr. Dann hast du eine richtige Standuhr, aber die ist halt keine echte Standuhr, sondern die ist halt aufgeklebt. Aber oben ist halt eine echte Uhr. Also das ist super lustig, super genial einfach. Oh, das gefällt mir richtig gut. Also das ist wirklich das gewisse Etwas, das ist was ganz Extravagantes. Ja, vor allem nimmt diese außergewöhnlich Design-Uhr nicht nur verschwenderisch viel Platz weg. Einfach und schnell an eine glatte Wand geklebt, sieht sie toll aus und wirkt trotzdem nicht wuchtig. Perfekt auch für kleinere Räume. Schau dir das mal an, wie schön das auch aussieht im oberen Teil. Hier ist das toll. Quarz-Uhr-Werk, tolle Zeiger, die sie hier haben. Kann man gut ablesen. Aber wie schön das aussieht hier im oberen Teil. Ach, und die Inga, Inga Z. aus Ingolstadt hat dazu geschrieben. Sieht super aus, wirkt verblüffend echt. Ja, hier, schau mal. Und geht sekundengenau, einfach einen Blick fangen. Ja, hier, das sieht auch super echt aus. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, das ist aber wirklich, also das finde ich jetzt wirklich ganz, ganz toll. Das macht so was wirklich, das ist so ein Highlight. Das ist nicht so der Klassiker, wie man sonst die Uhren kennt, sondern das ist einfach was Besonderes. Ist es auch. Ganz toll, kann man auch rückstandslos wieder ablösen. Hier sehen wir es. Kann ich dann immer wieder verwenden. Ja, kannst du wieder ablösen, wenn du es nicht mehr haben möchtest. Ay, super schön. So war es jetzt vielleicht im Flur, im Eingangsbereich oder im Wohnzimmer schön. Das sieht doch mal toll aus, oder? Richtig originell. Und jetzt hier für 5 Euro. Deshalb kleben Sie sich Ihre Standuhr einfach mal auf. Sonst muss man die Standuhr aufstellen. Hier kann man die Standuhr aufkleben. Und nimmt keinen Platz weg. Wo immer man sie haben möchte und sie nimmt keinen Platz weg. Ist das toll? Richtig schick. Das gefällt mir richtig gut. Ja, vor allem Sekunden schneller angebracht. Sie haben gerade im Film gesehen, wie einfach das geht. Einfach hier die Klebevorrichtung ablösen. Das sind 1, 2, 3 Teile. Mehr ist das nicht. Dann natürlich das Quarzohrwerk hier anbringen. Die Uhr. Und mehr muss ich nicht machen. Das sind so kleine Deko-Highlights. Die kosten woanders richtig viel Geld. Haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen. Und bei uns jetzt für 5 Euro. Auch schön für Kinder, die vielleicht gerade die Uhr gelernt haben. Es ist ja alles dabei. Alleine so ein paar Schmetterlinge, die du auf die Wand aufkleben kannst. Es gibt ja diese Wand-Tattoos. Da gibt es ja zum Beispiel so Schmetterlinge oder sowas, was man auf die Wand aufkleben kann. Alleine sowas kostet ja schon dann 25 Euro. So einen Bogen mit Schmetterlingen für die Wand zahlst du 25 Euro für. Und hier kriegst du diese tolle Standuhr mit dem richtigen Uhrwerk oben dran. Mit der richtigen Uhr für 5 Euro. Das ist ja der Wahnsinn. Auch zum Verschenken. Ich würde da gleich mehrere von bestellen. So was ist ein tolles Geschenk. Wir haben es ja auch gesehen, wir haben hier nichts mehr ausgemessen. Da sind jetzt keine Hilfslinien mit Bleistift vorgezeichnet. Die kannst du einfach nur so wie das kommt. Aufkleben, anbringen. Hier sehen wir es nochmal. Und dann hat man wirklich eine schöne extravagante Standuhr in diesem nostalgischen Charme. Och, ich könnte mir diesen Film stundenlang anschauen. Das ist aber auch toll. NC 81 71 und die 5 bis 6,9 für 5 Euro. Ein fantastisches Produkt, egal welche Produkte. Denkt ihr auch an das Dreier-Set-Nagelknipsen für 2,50 Euro. Und die Decke, die Decke ist stark nachgefragt bei uns im Callcenter. Und der kleine schwarze Regenschirm. Die Decke ist stark nachgefragt. Gleich zugreifen. Und der kleine schwarze Regenschirm.